Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Heute in diesem Video geht es um die 5 Minuten RAW Challenge. Wer das noch nicht kennt, ich habe 5 Minuten Zeit, um eure RAW Dateien zu bearbeiten. Zwei Stück werde ich insgesamt machen und ihr könnt mir natürlich weitere RAW Dateien zuschicken, wenn ihr selber Bock darauf habt, in diesem Format mal vorzukommen. Der Link, wie ihr mir das zuschicken könnt, steht unten in der Videobeschreibung. Und natürlich solltet ihr das Ganze auch nicht zu ernst nehmen, denn man kann natürlich nicht in 5 Minuten eine komplett saubere Bildbearbeitung immer hinbekommen. Bei manchen Bildern funktioniert das, da muss man relativ wenig machen, aber es gibt natürlich auch Bilder, wo es etwas anstrengender bzw. auch etwas zeitintensiver ist. Und natürlich, ich darf auch nur Lightroom benutzen. Das heißt, ich darf nicht in Photoshop reingehen. Auch das nochmal ein kleiner Nachteil. Also wie gesagt, nehmt das Format nicht zu ernst, es ist natürlich auch ein bisschen Unterhaltung. Ich wünsche dir jetzt aber ganz viel Spaß und ich hoffe, dass du natürlich trotzdem auch noch eine Kleinigkeit lernen kannst. Ich bin jetzt an den Rechner gewechselt zu Lightroom, denn hier haben wir unsere zwei Bilder. Einmal von dem Dirk und einmal von dem Heinz. Ja, also zwei richtig coole Bilder und wir werden die jetzt mal zusammen bearbeiten. Dafür packe ich jetzt wieder 5 Minuten auf die Uhr und beginne mit dem ersten Bild. Und ja, ich würde glaube ich mal anfangen, indem ich jetzt hier die Tiefen etwas auffälle, damit ich hier ein paar mehr Details in die Palmen bekomme. Und genauso gut werde ich die Lichter noch ein bisschen abdunkeln, damit wir jetzt hier im Histogramm sowohl links als auch rechts erstmal zumindest keine Punkte haben, die irgendwie abgesoffen sind oder ausgebrannt sind. Dann werde ich als nächstes den Kontrast hier ein bisschen nach oben setzen, wobei, den setze ich mal nur relativ gering nach oben und werde jetzt hier noch eine Verlaufsmaske nehmen. Mit gedrückter Shift-Taste einfach mal von ganz unten nach noch weiter unten ziehen, damit das ganze Bild hier angewählt ist. Und dann werde ich hier als erstes mal den Effekt wieder rausnehmen und dann aber den Kontrast hier komplett nach oben ziehen. Und was ich jetzt machen kann, ich kann die Bereichsmaske hier nehmen, Luminanz. Dazu habe ich mal ein extra Video gemacht. Also falls dir das jetzt noch nicht geläufig ist, beziehungsweise falls dir das komplett neu ist, dann schau einfach mal, wie ich die Mittelkontraste, die Mitteltöne, die Kontraste da hochziehen kann. Dazu gibt es ein extra Video, das verlinke ich dir auch nochmal hier oben rechts in dem Video. Und das kannst du dir da einfach nochmal anschauen. Jetzt habe ich also wirklich nur Kontrast in den Mitteltönen aufgebaut und das bringt mir sehr viel mehr als der reine Kontrast hier über das gesamte Bild. Denn jetzt habe ich hier nämlich rechts und links im Histogramm jeweils diese Ausschläge nicht weiter nach links und rechts geschoben. So, dann gehe ich als nächstes mal in die Struktur rein, gebe dem Ganzen noch ein bisschen Struktur, ein kleines bisschen Dunst entfernen. Und was mir jetzt auf jeden Fall noch auffällt, ich möchte hier oben den Himmel noch so ein bisschen abdunkeln, deswegen nehme ich jetzt hier nochmal einen Verlaufsfilter. Ziehe jetzt hier nochmal einen Verlaufsfilter auf, werde den Effekt jetzt hier erstmal wieder rausnehmen und dann das Ganze in der Belichtung ein bisschen abdunkeln. Jetzt könnte ich hier auch wieder entweder mit Luminanzmasken arbeiten und damit die Palmen hier davon nicht betroffen sind oder aber ich kann einfach die Tiefen auffällen. Und schon haben wir das Ganze wieder so, wie wir es haben wollen. Also der Himmel ist jetzt ein bisschen dunkler, aber die Palmen sind davon unberührt. Perfekt. So, dann gehe ich als nächstes mal hier weiter runter in die Kamerakalibrierung und werde jetzt hier mal die Primärwerte von den Blautönen noch so ein bisschen weiter nach links schieben. Und die Rottöne schiebe ich mal so ein kleines bisschen weiter noch nach rechts. Dadurch habe ich so eine kleine Farbverschiebung in dem Bild, die mir aber sehr, sehr gut gefällt. Jetzt probiere ich mal mit den grünen Werten, die ziehe ich auch noch mal so ein kleines bisschen weiter nach links. Ja, das gefällt mir gut. Und in den Schatten kann man hier mal gucken, ob man es eher so ein bisschen magentalastig haben will oder ein bisschen grünlastig. Ich bin eher für die grüne Variante, muss ich sagen. Denn ich gehe jetzt auch noch mal in die Teiltonung hier rein und werde jetzt hier auch die Lichter noch mal ein bisschen verstärken von der Sättigung mit so einem warmen Ton. Wir haben ja gerade hier so die Sonne, die hier schön warm reinscheint. Das mache ich einmal hier in der Teiltonung und genauso gut kann ich das auch in der Gradationskurve machen. Jetzt bin ich hier gerade in dem grünen Kanal drin. Da kann ich schon mal die dunklen Farbwerte, beziehungsweise die dunklen Tonwerte hier in dem Bild noch mal so ein bisschen grünlich einfärben. Aber wirklich nur die dunklen Tonwerte hier. Und genauso mache ich das jetzt auch in dem Blaukanal noch mal. Und auch da kann ich jetzt die Blauwerte ein bisschen verstärken. Den Rest lasse ich davon unberührt. Das gefällt mir schon sehr gut. Dann gehe ich jetzt noch mal in die HSL-Tabelle rein und werde jetzt hier noch so ein bisschen die Gelbtöne ins Orange verschieben. Ja, gefällt mir gut. Und ich glaube, dann werde ich auf jeden Fall hier noch mal mit einem Pinsel arbeiten. Und hier mal die Temperatur ein bisschen erhöhen. Die Farbtemperatur und auch die Belichtung. Und dann male ich jetzt einfach mal mit einem etwas kleineren Pinsel hier noch mal so über diese, ich weiß nicht, was das ist, ob das eine Steintreppe ist oder sowas. Ja, also ihr wisst, was ich meine. Male ich hier noch mal so ein bisschen rüber, um diesen Effekt noch mal zu verstärken, dass die Sonne hier drauf scheint. Und natürlich nicht ganz so doll. Farbtemperatur, ja, sieht soweit ganz gut aus. Und ich glaube, ich möchte das hier auch so ein bisschen auf dem Gebäude drauf haben. Ich werde als erstes mal das Gebäude insgesamt ein bisschen aufhellen. Dafür nehme ich mir jetzt mal so einen Radialfilter hier. Ziehe den mal hier auf und werde den jetzt hier mal so aufs Gebäude legen. Die Temperatur hier werde ich jetzt mal außen vor lassen, aber die Belichtung kann man noch ein bisschen nach oben ziehen. Denn das ist ja eigentlich das, worum es hier in diesem Bild geht. Also alles läuft ja auf dieses Gebäude zu. Wir haben hier schöne führende Linien drin, die auf das Gebäude zulaufen. Und deswegen würde ich das Ganze auf jeden Fall ein bisschen erhellen. Und jetzt ziehe ich hier mal noch so einen kleinen weiteren Verlauf auf, beziehungsweise einen Radialfilter. Aber nur auf die linke Seite. Und hier werde ich jetzt die Temperatur mal ein bisschen wärmer noch machen. Einfach, um das mal noch so ein bisschen zu verstärken, dass hier die Sonne auch noch so ein bisschen drauf scheint. Natürlich scheint hier eigentlich nur auf die Ecke drauf. Deswegen muss man hier so ein bisschen aufpassen und es eher so ein bisschen weiter hier auf die linke Seite packen. Aber so gefällt es mir eigentlich schon ganz gut. Die Touristen, die beiden hier, die würde ich vielleicht noch rausnehmen. Allerdings ist das an Lightroom relativ schwierig. Das wird hier wahrscheinlich nicht klappen. Ansonsten gehe ich nochmal in die Details rein, werde das Bild noch schärfen. Die fünf Minuten sind jetzt auch um. Mit gedrückter Alt-Taste maskiere ich das Ganze auch nochmal aus. So, und jetzt haben wir hier in den fünf Minuten aus dem hier das gemacht. Ja, gefällt mir eigentlich persönlich ganz gut, muss ich sagen. Ich würde dem Ganzen vielleicht noch eine kleine Vignette geben. Also das können wir jetzt hier vielleicht im Nachhinein nochmal machen. Die fünf Minuten sind zwar schon um, aber so ein bisschen Vignette. Nicht zu viel, aber so gefällt mir das eigentlich gut. Ich würde hier die Lichter vielleicht wieder so ein bisschen rausnehmen davon. Also gerade hier oben in dem Himmel gefällt es mir nicht so gut, wenn da eine Vignette drin ist, wenn es hier eigentlich relativ hell ist. Aber hier unten, gerade hier unten dieser Abschluss, das ist doch besser, wenn wir hier dann die Vignette drin haben. Einen kleinen Zuschnitt könnte das Bild, glaube ich, auch noch vertragen. Sowohl rechts als auch links, als auch unten. Und eigentlich müsste das Gebäude genau hier mittig stehen, damit man auch wirklich diesen Effekt hat, dass diese führenden Linien hier genau reinlaufen. Leider standest du hier nicht ganz in der Mitte. Also ich weiß nicht, ob das gewollt ist oder nicht. Natürlich sieht man die Poller hier dann im Vordergrund besser. Wenn die genau hintereinander stehen würden, würde man halt nur eins davon sehen. Aber andersherum ist das eigentlich schon so ein Bild, was sehr darauf ausgelegt ist, eigentlich Symmetrie darzustellen. Und deswegen wäre es wahrscheinlich besser gewesen, wenn du doch eher genau mittig gestanden hättest. Aber zumindest das Gebäude kann man ja mittig setzen. Okay, das wäre jetzt also meine Bearbeitung hier aus dem ersten Bild. Und jetzt gehen wir mal direkt zum zweiten Bild über. Das ist eine Location. Ich glaube, das ist am Goringer Wasserfall. Da habe ich ja letztens auch ein Video zu gemacht. Und wenn man zu diesen Wasserfällen läuft, man läuft ja da maximal fünf bis zehn Minuten, dann kommt man an diesem kleinen Häuschen vorbei mit der Wassermühle da. Oder wie nennt man das? Wassermühle, ne? Und ja, das ist auf jeden Fall eine coole Location. Gefällt mir gut. Und ich würde sagen, fünf Minuten wieder auf die Uhr. Und auch dieses Bild bearbeiten wir jetzt mal so ein bisschen. Als erstes mal so ein bisschen die Tiefen auffällen. Oh, oh, nicht zu doll. Nicht zu doll. Auf plus 60 packe ich die mal ungefähr. Weil wir wollen natürlich noch Schatten im Bild drin haben. Andersherum die Lichter hier oben. Das ist natürlich hier so ein bisschen ausgebrannt. Vielleicht hätte man da mit einem Verlaufsfilter fotografieren können. Wobei man dann natürlich auch sagen muss, dann dunkelt man hier oben die Bäume ab. Aber so ist der Himmel halt sehr ausgewandt. Ist aber auf jeden Fall auch ein cooles Stilmittel. Also ich mache das ja auch öfter mal jetzt inzwischen bei meinen Fotos, dass ich den Himmel mal ausbrennen lasse. Von daher jetzt an der Stelle keine Kritik oder so, sondern einfach nur, dass man das so oder so machen kann. Ich glaube hier die Farbtemperatur werde ich noch ein Stück nach oben drehen. Oder? Ja doch. Leute, gefällt es mir nicht ganz so gut. Ich finde es eher gut, wenn es ein bisschen wärmer noch ist. Nicht zu warm. Nicht zu warm. Ungefähr so. Okay. So. Kontrast habe ich schon drin. Ich würde hier tatsächlich mit ein bisschen Klarheit arbeiten. Aber sachte natürlich. Plus 10. Dunst entfernen. packe ich hier mal ein bisschen ins Negative. So minus 5. Und dann würde ich glaube ich auch die Sättigung ein kleines Stück rausdrehen. So minus 10 ungefähr. Okay. Das war es erstmal in den Grundeinstellungen. Dann geht es weiter in die Gradationskurve. Ich bin inzwischen ein großer Fan davon geworden, irgendwie in den Schatten so ein kleines bisschen Blau reinzubauen. Frag mich nicht warum, aber mir gefällt das irgendwie echt gut. Und das ziehe ich auch inzwischen in meinen Bildern so ein bisschen durch. Also wer mich auf Instagram verfolgt, könnt ihr gerne mal tun. Falls noch nicht, dann wirst du auch sehen, dass ich da auch immer so ein kleines bisschen Blau mit in die Tiefen mit rein mische. So. Jetzt gehen wir mal in die HSL-Tabelle hier rein. Denn den Farbton von den grünen Werten und auch von den gelbwerten, den kann man jetzt hier auf jeden Fall noch so ein bisschen einstellen. Die grüne Werte würde ich hier tatsächlich noch ein bisschen weiter Richtung Aquamarine ziehen. Ich möchte so ein schönes, saftiges Grün haben. Und auch die gelbwerte ziehe ich mal noch so ein bisschen weiter ins Grün. Und andersherum werde ich dann so ein bisschen die Sättigung rausnehmen von den grünen Werten. Nicht zu viel, aber schon um einiges. Und wobei die gelbwerte, die lasse ich mal drin. Also tatsächlich nur die grünen Werte, die gelbwerte. Wo ja auch, also man muss ja immer beachten, diese grünen Werte, da ist auch sehr viel Gelb mit drin. Ja, also man kann dann nicht immer nur den grünen Kanal bearbeiten, sondern man muss auch immer den gelbkanal mit beachten. Und ich denke mal, so passt das ganz gut. Jetzt werde ich das Grün mal noch so ein bisschen dunkler machen. Ja, ihr merkt schon, es wird so ein bisschen Richtung Moody Green, was ich hier gerade mache. Gefällt mir gerade jetzt hier so ganz gut, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob es am Ende dann auch noch so ist. So, ich gehe mal in den Bildausschnitt hier rein. Ich werde das ganze Bild mal noch so ein bisschen zuschneiden. Ich fände es ganz cool, wenn der Horizont hier ein bisschen weiter oben liegen würde. Und dann haben wir auch nicht ganz so viel von dem ausgebrannten Himmel drin. Und wenn wir hier auf der 1-3-Linie, ich gehe mal hier in eine andere Ansicht rein, ich gehe mal wirklich in die 3-3-Ansicht hier rein, kann ich hier übrigens mit der Taste O einfach verstellen. Dann habe ich jetzt hier das Häuschen wirklich auf der oberen 1-3-Linie, was mir besser gefällt. Und dann haben wir das auch wirklich hier, dass mit einer führenden Linie hier das Wasser rechts unten rausläuft. Ja, so gefällt mir der Bildausschnitt deutlich besser. So, und dann gehen wir als nächstes noch in die Details rein. Ich werde das Bild jetzt hier wieder ein bisschen schärfen. Den Radius bei 2, den setze ich mal runter auf 1. Sonst ist mir das ein bisschen zu heftig, die Schärfung. Mit gedrückter Alt-Taste maskiere ich das Ganze wieder. Also jetzt ist die Schärfe wirklich nur da, wo ich sie brauche. Und dann gibt es noch ein klein bisschen Vignette mit dazu. So, und jetzt können wir hier noch reingehen mit dem Pinsel. Mit gedrückter Optionstaste erstmal wieder hier alles rausnehmen von den Effekten und dann werde ich hier noch ein bisschen mit der Belichtung arbeiten und hier zum Beispiel das fließende Wasser noch so ein bisschen hervorheben. Einfach, um hier noch ein bisschen mehr Kontrast reinzubekommen und das ganze Bild so ein bisschen dynamischer zu machen. Ja, das gefällt mir gut. Man muss aufpassen, dass man es nicht zu doll macht. Also vielleicht nehme ich jetzt hier die Belichtung ein kleines Stück wieder runter. Also auf 0,4. Und dafür packen wir noch ein bisschen Kontrast dazu und auch ein bisschen Klarheit. So, das gefällt mir gut. Ich muss sagen, insgesamt ist das Bild jetzt natürlich sehr, sehr düster. Oder vielleicht geben wir da ein bisschen mehr Belichtung auch mit dazu. Ja, inzwischen gefällt mir das echt gut. Und dann gehe ich mal noch ganz nach unten in die Kalibrierung rein und gerade jetzt hier die Primärwerte grün, die gucke ich mir nochmal an. Packen wir die eher ein bisschen weiter nach rechts oder ein bisschen weiter nach links. Ich glaube, so ein bisschen weiter nach rechts und ein bisschen Sättigung geben wir da auch noch mit dazu. Und auch die Primärwerte blau werde ich jetzt hier nochmal so ein kleines bisschen verschieben. Nicht zu viel, sonst sieht es zu herbstlich aus. So ein kleines bisschen. Ja, das gefällt mir gut. Jetzt sind auch die fünf Minuten wieder um. Und wir schauen mal, wo wir hergekommen sind. Also außer jetzt dem Bildausschnitt natürlich, den ich jetzt hier nicht zeigen kann. Aber wir sind hier gestartet und haben das hier draus gemacht. Ja, ich bin nicht 100% zufrieden, muss ich sagen. Aber grundsätzlich haben wir doch, denke ich mal, einiges aus dem Bild rausgeholt. Und damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Das waren also die beiden Bilder für heute. Ich hoffe, es hat dir wieder gefallen. Natürlich kann man wesentlich länger noch an solchen Bildern setzen und die weiter bearbeiten. Aber das ist ja das, was wir hier in fünf Minuten erreichen wollen. Das war es mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, kannst du auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Und falls du Bock darauf hast, Lightroom intensiver zu lernen, dann schau mal in meinem Online-Store vorbei. Dort gibt es insgesamt zwei Lightroom-Kurse. Es gibt auch zwei Photoshop-Kurse oder auch Lumina-Kurse und so weiter und so fort. Also du kannst in meinem Online-Shop eine ganze Menge über Bildbearbeitung und auch Fotografie lernen. Einfach mal auschecken. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns auch im nächsten Video wiedersehen. Und falls du noch Bock hast, meinen Instagram-Account zu abonnieren, dann kannst du auch das tun. Das ist stefanschäfer90, der Account. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.